Kannst du uns noch mehr erzählen von dem Reich Gottes? Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt den Erlös den Armen. Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nie abnimmt im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Frau, du bist von deinen Leiden erlöst. Oh, ich bin so schade. Ich wollte sie nach, auch. Sie richtet sich auf. Ich zehlt sie euch an. Gelobt sein. Der Herr. 18 Jahre war ich. Gott, beschütze dich. Sechs Tage sind zum Arbeiten da. Also kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen. Aber kommt nicht am Sabbat. Was seid ihr für Heuchler? Jeder von euch bindet seinen Ochsen oder Esel am Sabbat von der Krippe los und führt ihn zu Tränken. Aber diese hier, eine Tochter Abrahams, die der Satan schon seit 18 Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen? ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020